Hallo ihr Lieben, ich sitze jetzt hier mit Tyron Ricketts. Hallo, herzlich willkommen. Und den kennt ihr natürlich von Brothers Keepers, hat damals eine Sendung bei Viva gehabt, World Cup. Und jetzt hat er sein eigenes Projekt am Start, das heißt Respect 2010. Erzähl mal was darüber. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Alles geht, zwei Strophen. Und in dem Song habe ich ein bisschen beschrieben, wie ich mir Deutschland vorstelle, wie das in der Zukunft sein sollte. So ein friedliches gemeinsames Zusammenleben, Menschen mit Migrationshintergrund und ohne. Wir sitzen alle im selben Boot, wir wohnen hier sowieso alle zusammen. Es geht eh nicht anders, als dass man einen gemeinsamen Weg findet. Und das versuche ich halt damit ein bisschen zu unterstützen. Das große Ding schafft man nur im Verbund, zieht gemeinsam an einem Strang, der ist mittlerweile Bund. Es gibt viele nicht so richtig deutsche Deutsche im Land, die Zahl ist 1 und der 5 und noch 6 Nullen packt. Jeder Mensch mit Verstand hat sicherlich schon erkannt, es ist schlecht für die Chemie, fühlt man sich Fremden im Land. Zwei Strophen gibt es schon, die dritte Strophe fehlt. Das heißt, wir wollen gerne, dass die Kids die dritte Strophe beisteuern. 16 Takte, sich selbst überlegen, wie kann Deutschland in der Zukunft aussehen, ein neues gemeinsames Deutschland. Die Beiträge, die hochgesendet werden, werden von uns vorsortiert. Dann gibt es eine Auswahl von den besten 30 oder 50, wissen wir noch nicht. Ja, das war meine Sichtweise von Deutschland. Wie es sein kann, wie es sein sollte, jetzt seid ihr dran. Schreibt euren Rhyme, nehmt ihn auf, leitet ihn rauf, schickt ihn raus. Der Beste von euch ist dabei, Respekt 2010. Alles geht, mein Freund, alles geht. Yeah. Also, wenn ihr Bock habt, schaut euch das Video an, lasst euch inspirieren, schreibt eure 16 Takte, schickt sie rauf, alles bei uns auf der Seite. Respekt 2010.de und ich freue mich auf so viele Einsendungen wie möglich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.